So, euer Meister ist nun zu meinem Meister gereist. Wiederum, ich habe die Aufgabe erhalten, euch einzuführen in das Quiegersein. Der Teufel schon denkt genau, was wird denn da gekippt? Die Probe, kopfloser, na, na, loser. Und du weißt doch, der dunkle Meister will das Bier, dieser Typ, mein Leben. Der dunkle Meister ist jetzt bis zum obersten Meister vorgetrunken. Bis zum neuen obersten Meister, zum neuen Herrscher dieser Welt. Und wenn das gut läuft, gehört diese Welt gut. Dann können wir mit einer Armee, die wir hier erstellen werden, eine noch größer auf unsere Welt gehen und diese dann übernehmen.